Herzlich Willkommen zur zweiten Sitzung. Unseres Abifinanzkomitees. Ich habe diese Krisensitzung einberufen, da in 32 Tagen der Abiball ist. Und es geht um die Finanzierung. Erinnert ihr euch noch an den Typen, der unser Startkapital hat? Wir können es uns ganz einfach machen. Unser Startkapital liegt ja bei 100 Euro. Und ich kenne da so einen Bekannten. Der kann aus 100 Euro mehrere 10.000 Euro machen. Dann ist ausgesorgt für unsere Abifinanzierung. Und Sie sind sich sicher, dass das alles so einfach ist? Ja klar, das geht ganz easy. Braucht euch keine Sorgen machen. Ja klar, was ist mit Ihrem Bekannten? Nun ja, er hat mich auf sämtlichen Kanälen blockiert. Und unser Geld ist futsch. Wie bitte? Wie konnte das passieren, Herr Bischof? Wow, genau wie ich es befürchtet hatte. Ja, ich kann jetzt auch nichts daran ändern. Habt ihr irgendeine Idee? Im Endeffekt sitzen wir alle gemeinsam in einem Boot. Man wird uns dafür verantwortlich machen. Ja, also, was jetzt? Das ist eine gute Frage. Wie viel Geld benötigen wir denn? Nach aktuellem Forecast benötigen wir genau 19.890 Euro. Nein, warten Sie kurz. Das ist 19.990 Euro. Schließlich sind die 100 Euro Startkapital hier auf dubiose Weise verloren gegangen. Und die 10 Euro kommen woher? Von Frau Ziegler. Na, das ist doch schon mal was. Aber Sie müssen berücksichtigen, Herr Bischof, dass in der aktuellen Prognose noch nicht die Kosten für Ihren Chauffeur mit einberechnet sind. Seien Sie ihm erzeugt. Haben wir irgendwelche anderen Möglichkeiten, um noch an Geld zu kommen? Auf die Schnelle weiß ich nicht. Aber wir müssen der Stufe darüber berichten. Wir können es denen nicht verschweigen. Ja, haben Sie vermutlich recht. Alles klar, ich werde es der Stufe mitteilen. Sehr gut. Hey, fühlst du nicht? Ja. Sehr gut... Teig. Okay... Bis zum nächsten Mal. Hi Torben, da bist du ja. Die Abipolyfirma hat mich angerufen und die wollen ihr Geld haben. Erstmal hallo Zeynep. Und ja, wegen des Geldes. Ich war gerade dabei, mich rumzukümmern. Ich melde mich wieder bei dir, ok? Ok, perfekt. Baba Torben. Ja. Leute, Leute, seid mal ruhig. Schaut mal her. Ich habe was zu besprechen wegen den Abi-Sachen, die wir alle planen. Abi-Ball, Abi-Party und Abi-Polys. Und zwar betrifft es die Finanzierung. Die steht leider nicht so gut da, wie wir es erhofft haben. Und zwar haben wir 0 Euro zur Verfügung. 0 Euro. Einen Monat ist Abi-Ball. Bis dahin müssen alle Rechnungen bezahlt sein. Wie kann sowas sein? Die Deko muss auch noch bezahlt werden, ne? Ja, da kann ich jetzt auch nichts dran ändern. Während Corona konnte das Finanzkomitee einfach nicht so gut arbeiten. Und da haben wir halt nicht so viel Geld erwirtschaften können. Nein, lass auf alles. Ja, und wie viel Geld fehlt uns jetzt noch? Ja, also nach aktuellen Berechnungen benötigen wir etwa 20.000 Euro. Ja, ich kann es jetzt auch nicht ändern. Hat irgendjemand von euch eine Idee? Ja, Herr Franz ist Oberstufenberater. Vielleicht weiß der noch was, weil Kuhunterkopf oder so, das bringt jetzt auch nichts mehr. Das ist eine gute Idee. Julia, Paul und Emily, ihr seid jetzt mal Freiwillige und geht hoch zu Herr Franz. So. Okay. Oh Mann, ja, rein. Hallo Herr Franz, wir brauchen Ihre Hilfe. Hallo, was kann ich euch tun? Und zwar geht es um die Abi-Finanzierung, also um die ganzen Abi-Police, Abi-Party und so ein Zeug. Hm. Und? Wollt ihr jetzt 10 Euro für mich oder was? Ja, genau. Also uns fehlen 20.000 Mäuse und wir haben so 32 Tage Zeit dafür. 20.000, habe ich richtig gehört. Was solltet ihr jetzt 20.000 Euro machen, hallo? Stretchlimo mieten, Hubschrauber mieten oder was? Ey, 20.000 kriegt ihr nie zusammen. Letzter Kuchenverkauf war der Flop und da habt ihr gerade mal 100 Euro oder sowas zusammengekriegt. Ja, das hilft uns jetzt auch nicht weiter. Also wirklich nicht. Obwohl. Mach mal die Türze. Also, na gut. Ich war vor einer Weile im leeren Zimmer und habe da zufällig gehört, dass da ein Kollege so, wie soll ich sagen, kreative Sachen macht. Und der könnte vielleicht in die Richtung gehen, euch Hilfen geben. Ich weiß nicht genau. Also ich habe damit gar nichts zu tun. Ich weiß es auch nicht sicher. Es ist nur ein Gerücht gewesen, weil ich es zufällig aufgeschnappt habe. Aber was ich noch aufgeschnappt habe, war 1003. Der Raum 1003. Da muss irgendwas ab und zu laufen. Also vielleicht hilft euch das weiter. Mehr kann ich dazu. Aber nicht sagen, ich habe damit nichts zu tun. Okay. Dankeschön. Dank. Ja, das hilft uns. Und? Was glaubt ihr? Was hat Herr Franz gemeint? Da müssen ja im Raum einfach krumme Dinge laufen. Ey, das wird mir irgendwie zu suspekt. Ich glaube, ich fad's lieber wieder. Echt jetzt? Ich komm schon. Hallo? Ist hier jemand? Was zum Teufel ist hier los? Hallo? Wie kann ich euch helfen? Äh, wer sind Sie? Mein Name spielt keine Rolle. Ist das jetzt so? Wer schickt euch? Und was wollt ihr? Herr Franz schickt uns. Er meinte, Sie könnten uns helfen. Anscheinend kennen Sie Methoden, um schnell an Geld zu kommen. Haben Sie da irgendwas für uns? So, so. Ich würde sagen, ihr seid ja bei mir genau richtig. Wie viel Geld braucht ihr dann so? Ungefähr roundabout? Ja, genau so. 20.000 Kröten. 20.000. Ach, Kinder. Das sind ja Peanuts. Mit meinen Methoden. Ich schaffte das locker. Okay. Schaut euch das an. Ich würde sagen, hart verdient, aber das ist ein Low. Interessant. Und wie genau? Also ich würde vorschlagen, ich gebe euch eine Idee und ihr schaut mal, was ihr damit macht. Alles klar. Momentan gibt es sogenannte Komm-in-die-Gruppe-Videos. Kommt mal her, schaut euch das mal an. Die funktionieren folgendermaßen. Und zwar, ihr dreht so ein schönes Video, schnelle Autos, schöne Frauen, dicke Uhren, ein bisschen bling-bling. Ihr wisst, wie das funktioniert. Da werbt ihr damit, kommt zu uns in die Gruppe, dann könnt ihr richtig die Kohle machen. Aber der Clou ist, in die Gruppe kommt ihr nur, wenn ihr eine Anmeldegebühr gezahlt habt. Und so kommt ihr an euer Geld. Easy peasy, lemon squeezy. Die Leute machen da mit. Ich weiß auch nicht, warum. Die sind ganz geil, darauf ihr Geld auszugeben. Für so einen Blödsinn. Funktioniert. Frag mich nicht, warum. Vielleicht unser Schulsystem. Ich weiß es nicht. Und was wollen Sie für die Idee haben? Lass mich überlegen. Zwei, nein, drei Dinge. Zum Ersten, freier Eintritt beim Abiball. Zum Zweiten, freie Getränke, freies Essen. Und zum Dritten, das ist mir ganz persönlich wichtig. Also, Hut zuhören. Ich bleib aus der ganzen Geschichte draußen. Ein Name wird nicht erwähnt. Haben wir uns verstanden? Okay, Chef. Träne 1.1, Take 1. Und bitte, zwei neue Sportwagen preisgesprachen! Angehe, Bruder! Jawohl, ja! Rolex, ja! Rolex Daytona No Flex mit 18 Jahren. Das geht nur mit der Gruppe. Du willst das auch. Auszahlung letzte Woche, jawohl! 50.000 in einem Monat. Leider geil! Also, war schon gut. Aber erstmal, mach das Fahrrad weg. Und Requisite? Habt ihr keine besseren Karren? 60.000 Euro in der Woche. Millionär, wo das so einfach geht, das! Alles dank der Gruppe! Bruder! Und das haben die Leute aus der Gruppe dazu! Danke, Mann! Wir gehen uns nie wieder arbeiten! Dank der Gruppe bin ich nicht mehr auf das miese Lehrergehalt angewiesen. Komm auch dazu! Wir werden gemeinsam reich! Ich bin seit zwei Wochen dabei und generiere jetzt schon massig Passivkapital. Alles dank der Gruppe! Komm jetzt in die Gruppe! Dank der Gruppe habe ich ein besseres Zeugnis als Valentin! Jawohl! Komm auch dazu! Die Gruppe ist das Geilste! Was hast du zu verlieren? Danke! Aus! Hey Leute, unser Video von gestern ist perfekt geworden. Wir sind über Nacht auf TikTok viral gegangen und haben schon fast 500 Neuanmeldungen in unserer Gruppe. Das sind 5000 Euro von unserer Tradingseite. Bruder was? Wenn wir so weitermachen, sind unsere 20.000 Euro vielleicht doch noch drin. Ihr seid schon fucking Gendemann! Hey, habt ihr gehört? Mit dem Video von gestern habe ich schon 5000 Euro verdient. Oh! Ey, ich schwöre, Herr Christ hat gecarried! Ey, wir hatten aber auch böse Karren. Ja, wir müssen uns aber auch echt beeilen. Die Abi-Polyfirma hat nochmal angerufen. Die machen Telefon-Terror. Ja. Ja, okay. Geil, Leute, dann lasst uns nicht was auf die Tafel bringen. Wir brauchen Ideen. Los! Ja. Kevin, warum hast du eigentlich keine Schuhe an? Warum hast du eine Maske auf? Ey, ich habe eine Idee. Lass doch Bilder von Kevins Füßen auf Onlyfans verkaufen. Okay, das ist es. Druckschrift! Ja, okay. Ja, okay, weitere Ideen. Marco, was soll das? Packen wir das Handy weg. Abi-Bahn ist wichtiger als Clash Royale. Ja, sorry, aber ich habe gerade eine Idee. Wir gehen bei Tipico rein und dann hole ich uns fett Gewinn raus. Perfekt, das schreiben wir auf. Ey Leute, ich habe auch noch eine Idee. Ihr wisst ja, ich bin Trading- und NFT-Experte. Und wenn ich jetzt hier unser Abi-Design sehe, bin ich der Meinung, da könnten Baba-NFTs von einem Kunst-LK rausgehauen werden. Das geht wirklich safe ab. Vertraut mir. Ja, stimmt. Gute Idee. Schreiben wir auf. Ja. Ich kläre es mal mit Herr Stange ab. So Leute, ihr habt ziemlich wenig Geld in der Abi-Kasse. Dementsprechend muss da ein bisschen was passieren. Und Lisa hat mir gesagt, man kann ziemlich viel Geld mit NFTs verdienen. Bedeutet, bevor ihr jetzt praktisch da euren Zauberkasten spielen lasst, kriegt ihr ein bisschen Theorie von mir an. Okay Leute, ich hoffe jeder hat jetzt einen entsprechenden Stapel voll Blätter. Jetzt die Frage, was sind denn überhaupt NFTs? Sind das nicht diese komischen Affenbilder, die für viel zu viel Geld verkauft werden, obwohl man davon einfach einen Screenshot machen kann? Gar nicht so schlecht, Baser, aber nicht nur mit Affen hat es zu tun. NFT ist eine Abkürzung für Non-Fungible-Token. Bedeutet, ihr müsst da auch mit der Blockchain auf... Herr Stange, können wir nicht einfach anfangen zu malen? Wir wissen ja eh schon, zählen wir, in welche Richtung es gehen soll. Das Blockchain-Zeug checkt doch sowieso niemand. Außerdem haben wir keine Zeit mehr. Okay, gut. Gut, dann stelle ich es euch halt ins Moodle. Oh, na endlich, das können wir anfangen zu malen. Hm, gar nicht so schlecht. Schon besser. Ah, stopp. Ich habe noch was vergessen. Die Raumseherheit fehlt noch. Das ist dann, ähm, der Radius-Komentor-Linearform, deswegen, ähm, der, und der Winkel, ähm, kommt auch ein 2, ähm, Pi L dazu. Und haben wir, ja? Können Sie Stromer machen? Ja. Ja, Frank, ich finde Ihren Unterricht echt ganz toll. Allerdings sind die schriftlichen Abiprüfungen doch schon vorbei und vielleicht könnten wir uns lieber mit etwas Wichtigeren beschäftigen. Ihr denkt also, dass keiner von euch ins Mündliche muss. Da seid ihr, aber sehr optimistisch. Sehr witzig, Herr Franke. Sie wissen das wahrscheinlich doch nicht, aber unsere Stufe hat große Schwierigkeiten, bis dem Abiball alle Rechnungen zu bezahlen. Und wir dachten, dass sie uns da vielleicht helfen könnten. Sie haben sonst auch immer gute Ideen. Ja, das ist ja typisch. Nee, ähm, Herr Franz hat mir schon gesagt, ihr verzweifelt, ihr gerade seid. Ich hab... Ich hab eine Idee, wie wir das kombinieren können, wie wir Unterricht machen können und trotzdem ihr vielleicht an euer Geld kommt. Okay, hier habt ihr die Aufgaben. Ähm, es hat leider nicht jetzt für alle für eine Farbkopie gereicht, aber, ähm, Levin, mein Vorschlag ist, dass du jetzt eine Schwarz-Weiß-Kopie und wenn du nichts mehr weißt, kannst du einfach ein bisschen anmalen oder so. Du hast auch das zu können. Ja. Danke. Entschuldigung, die Störung. Hast du Kreide für mich? Bei uns ist alle. Komm erst mal her. Komm her. Das ist er. Er ist ja echt super, Mensch, wenn du heute noch zu Schauspielern saß. Der Huben hatte mal kleine Leiner, wie das bei Steventen immer so ist. Ey, haben das deine Schüler gemacht, den Film? Unglaublich. Ist ja klar. Das ist ja echt. Was wir da an Zeit sparen können, wenn wir da mehr von hätten. Oh ja, Mensch, die Vorbereitung wird viel kürzer werden. Ob ich den wohl haben darf? Darf ich den von euch kopieren? Ihr braucht doch eh immer Geld, oder? Ähm, was würdet ihr sagen, wenn wir euch die Rechte abkaufen? Ah, sie wollen sich also Arbeit sparen. Ähm, wie wäre es mit 100 Euro? Nein, das ist viel zu wenig. 2000 Euro. 2000, ja, ist ja völlig übertrieben, ja. Aber wirklich. Du magst ein super Schauspieler sein, ja, aber das ist es auch, ja. 2000 Euro für den Film niemals. 1000 Euro für den Film, ja. 1000 Euro für den Film. 1000 Euro für den Film. Okay, deal. Jetzt eine kurze Werbeunterbrechung. Ey, voll langweilig hier, Mann. Hab ich da gerade langweilig gehört? Warum ist hier denn langweilig? Probier mal Backer Bier. Das bringt die Party zu dir. Machst du noch eins? Bravo. Geil, Mann. Prost. Das war's für heute. BAKA BIR. BAKABI KÜSST BIR. Ich hab Gold gefunden! Jetzt auch in Gold. BAKABI Gold. Perfekt für den Sommer. Werbung Ende. Boah, geil. Endlich kann ich den Ruh zocken. Und 16 rum Teufelstopf. Die wilden Kerle gegen die Teufelskicker. Geh mir mit dem Hunni auf die wilden Kerle. 21er Quote. Easy, man. Ja! Leute, ich hab Neuigkeiten für euch. Die Ergebnisse vom Physikwettbewerb sind da. Und wie zu erwarten, seid ihr alle leer ausgegangen. Deshalb leben! Wir haben alle NFTs jetzt innerhalb von einer Woche verkauft und damit 4.000 Euro reingenommen. Sehr geil. Und wieviel Geld haben wir dann insgesamt im letzten Monat gesammelt? Gute Frage. Also wie Evelyn schon gesagt hat, wir haben 4.000 Euro durch die NFTs gemacht. Dann nochmal ein Tausender durch Ruben, unseren super Schauspieler, und den DIGA-Film. 10.000 Euro hat uns der Physikwettbewerb eingebracht. Aber Levin hat sich gegönnt. 7.000 Euro Sylturlaub ist drin, finde ich. Ja, ist krass. Dann haben das kommende Gruppevideo 5.000 Euro eingebracht und die Werbeunterbrechung im Abifilm hat nochmal 2.000 Euro eingebracht. Und Frau Zieglas, Zehner, hat sich mit Kevins Onlyfans Sub auch von Zehner gegengerechnet. Und Kevin und Marco, ich glaub, ihr habt auch noch was zu sagen. Ja, also ich hab bei Typico und Hunderter auf die wilden Kerle gesetzt. Und die haben die Teufelskicker so rasiert. Easy 2.000 Euro. Und damit kommen wir dann auch tatsächlich auf 20.500 Euro. Unser Ziel ist erreicht. Ja super, dann können jetzt unsere restlichen Rechnungen beglichen werden und dem Abi-Ball steht nichts mehr im Weg. Jetzt müssen wir nur noch schauen, dass das Geld auch rechtzeitig ankommt, nicht dass Zeynep noch weitere Probleme bekommt. Hä? Ich hab die Fünfkleister doch gar nicht geboxt. Ich schwöre bei Kai Christ nach, das ist immer so lange, es hilft zehn Jahre oder so. Hä? Das ist für die Diebe, für die Stadtbanditen, wir sind wacht bis sieben und stappeln Rechnen. Das ist für die Diebe, für die Nachtaktiven, die Platz in Rechnen und geplant aktiven. Das ist für die Diebe, hauen mit Axt Vitrinen, vor allem just lean, bis ich die Axt entbiege. Das ist für die Diebe, 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 das ist für die Diebe. Wo ist das Geld, Mann? Wo ist das Geld? Du schmischst mit deinem Leben, Kindchen. Seit zwei Monaten warten wir schon auf das Geld. Seit zwei Monaten! Wo ist das Geld? Okay, Boss, wir haben sie. Aber sie sagt, das Geld nicht, was sollen wir machen? Ganz einfach, wenn ich keine Knete sehe, dann bleib ich da. Alles klar, ich weiß Bescheid. Hast du gehört? Und dann bleibst du hier. Ich bin immer wieder, wenn ich nicht alles in diesem Rahmen architecture fahneichi. Also, das Geld auch. Ist das Geld? Und dann, wenn ich mich auch selbst in diesem Rahmen befinden, Ich bin immer noch. Bis zum nächsten Mal. Ich bin immer wieder, wenn ich weiß, was ist. Und wenn ich das Geld schon nicht passiert. Das Geld bekommt mir. Ich bin immer wieder. Ich bin immer wieder. Und dann, immer wieder zu Ende. Und dann, was ich jetzt immer wieder. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020